Hallo ihr Lieben, hier bin ich mal wieder. Heute gibt es mein nächstes Tutorial und zwar möchte ich mit euch heute so eine Diamantbox basteln. Normalerweise bastelt man diese Diamantboxen ja mit diesem Giftbag Punchboard. Ich habe aber neulich bei Janas Bastelwelt gesehen, die hat diese tolle Box erfunden, dass man diese tolle Box eben auch mit dem Envelope Punchboard machen kann, das wahrscheinlich viele von euch schon haben werden und ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt auch darüber freuen, dass man nicht unbedingt dieses Giftbag Punchboard kaufen muss, um diese Box oder überhaupt solche Diamantboxen basteln zu können. Genau, sie sieht eben so aus, also auch eine Form vom Diamanten. Ich habe da drauf noch eine Blume gemacht und man kann sie eben so öffnen und da passt dann doch einiges rein und dann auch so wieder schön verschließen. Ihr seid recht flexibel von der Größe her, also ihr könnt wirklich von kleinen Boxen bis zu größeren Boxen könnt ihr alles basteln. Die hat jetzt halt die Maße, wenn man das vom Cardstock her nehmen würde, von 20x20. Die Box, die wir heute basteln, wird nur halb so groß. Ich möchte ein bisschen ein kleinere mit euch werkeln und genau, würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe mir schon ein bisschen Designerpapier zurecht geschnitten und zwar braucht ihr zwei Cardstocks in den Größen 10x10 cm. Ich habe dieses Papier jetzt aus diesem besonderen Designerpapier Sommerglanz aus dem aktuellen Frühlingskatalog. Ich möchte die Seite, das Außenseite haben. Ich finde, die ist einfach nur knallig und mir gefällt das ganz gut mit diesem blauen Streifen. So, dann würde ich sagen, legen wir auch erst schon mal los. Wir brauchen das Punchboard. Ich stehe das jetzt gerade mal hierher, dann seht ihr das, was ich mache. Dann einmal das Falzball hier rausnehmen. Wie gesagt, wir haben die Größe von 10x10 cm und wir legen jetzt einfach bei 5 cm an. Dann wird einmal gepanscht und einmal gefalzt. Jetzt bin ich eigentlich, ja, ich habe es gerade festgestellt, ich bin auf der falschen Seite. Ich sollte umdrehen, damit ich den Falz auf der richtigen Seite habe. Vom Drücken her bleibt es gleich, aber vom Falzlinien her sollte es auf der Seite sein. So, das machen wir jetzt eigentlich reihum so, bis wir wieder in der Ausgangsposition angekommen sind. Wieder punchen. Und scoren. So, dann sind wir hier schon auch fertig. Ich lege das ganz kurz zur Seite. Wir machen hier gleich weiter, aber ich nehme dieses zweite Stück Cardstock, was wir haben, und werde auch das jetzt mit einem Punchboard bearbeiten. So, zweites Stück Papier. Da müssen wir nicht ganz so viel machen wie beim ersten Cardstock, sondern wir falzen hier eigentlich nur. Das heißt, ich lege es einfach bei 5 cm auch hier wieder an. Nicht drücken, sondern nur falzen. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. So, dann sind wir hiermit auch schon fertig. Das Punchboard können wir zur Seite legen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dafür brauchen wir aber die Schneidemaschine. Ich lege sie jetzt. Jetzt muss ich ganz kurz mal schauen, damit ihr auch am besten seht. Lege ich sie mal so hin. Genau. Ganz kurz mal aufräumen. Dann nehmen wir die Seite bzw. diesen Cardstock, den wir gerade eben bearbeitet haben, also nicht gepanscht haben. Und den legen wir jetzt jeweils bei 1 cm an. Das wäre hier. Und schneiden dann 1 cm ab. Das machen wir auch wieder reihum so. Man merkt, ich habe meine Schneideklingen gewechselt. Das ist schön. Das geht ganz gut. Vor allen Dingen ist der Schnitt wieder schön. Und dann auch hier bei 1 cm anlegen. Und abschneiden. Dann sieht das so aus. Ich habe hier meine Grundfläche und das passt jetzt ganz gut so. Wunderbar. So, das können wir zur Seite legen. Dann nehme ich mir den zweiten Cardstock. Das müssen wir ein bisschen anders behandeln, diese Seite. Und zwar wird hier nichts abgeschnitten, sondern wir falzen hier nur. Und zwar auch wieder bei 1 cm anlegen. Und dann wird bei 1 cm gefalzt. Bei dem Cardstock könnt ihr ein bisschen fester draufdrücken, weil es ist ja wirklich sehr dickes Papier, das ihr auch richtig schön falzt. Und man auch später dann richtig schön die Falzlinien ziehen kann. Es ist wirklich ungewohnt mit links zu arbeiten. Ich mache das jetzt für euch, damit ihr das ein bisschen besser seht, was ich hier mache. Aber es ist wirklich als Rechtshänder sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es geht. Gut. Jetzt sind wir hier auch schon fertig. Das Schneidebrett können wir wieder zur Seite legen. Den Schnipsel können wir auch zur Seite räumen. Bei dem Stück Cardstock, ihr seht es, da haben wir hinten diese Überschneidungen, dieses X mehr oder weniger, wo wir eben gerade gefalzt haben. Und das können wir jetzt hier abschneiden, so schräg über die Ecke. Auch wieder ringsrum und herum. Gut. Schnipsel wieder zur Seite. Und dann geht es auch schon eigentlich ans Falzen. Ihr seht, das geht eigentlich relativ schnell. Es ist auch sehr unkompliziert und auch nicht wirklich schwierig. Aber es sieht doch dann, wenn es fertig ist, ein bisschen nach was aus. Gut. Ich merke schon, also der Cardstock, der ist wirklich ganz schön widerstandsfähig. Also wenn ich jetzt da kleine Massenproduktion machen müsste, dann bräuchte man da echt ordentlich Kraft. So. Es geht hier weiter. Wir falzen hier auch in der Mitte. Also wir müssen alles, was wir vorhin gefalzt haben, auch hier nachfalzen. Dann machen wir das eben, ups, ich verschiebe es hier schon alles. Damit wir dann auch die schöne Form von der Box bekommen. Und da noch. Sehr gut. So. Jetzt seht ihr schon ein bisschen die Form von dem Ganzen. Ich lege das gerade mal zur Seite. Wir haben ja noch den, ähm, den zweiten Teil von der Box. Ähm, da gibt es jetzt nicht ganz so viel zu falzen. Das sind ja bloß diese Laschen jeweils. Und hier haben wir noch nicht gefalzt. Okay. Dann sind wir eigentlich hiermit auch schon fertig. Ähm, jetzt geht's auch schon ans, ähm, verkleben. Ich, ähm, arbeite auch hier wieder, weil natürlich bei jeder Box Spannung drauf ist, mit, ähm, selbstklebenden, äh, Streifen. Klebestreifen. Diesen doppelseitigen Klebeband. Ich habe es vorher ein bisschen vorgeschnitten, damit es ein bisschen schneller geht. Und schneide dann jeweils da die Streifen so ein bisschen ab. Ähm, bis auf zwei so Laschen kleben wir überall etwas hin. Wir werden sehen, weil wir wollen ja die Box danach wieder aufmachen können, ohne dass wir dann auch, äh, ohne dass wir alles zerstören. Ich glaube, das ist so lang, dass ich es hier noch hinkleben kann. Das ist ganz gut. Genau, und, ähm, deswegen sparen wir eben zwei Laschen aus. Das Witzelchen wird noch abklippen. Und hier noch. Ups, jetzt bin ich ein bisschen schräg gekommen. Aber man kann es ein bisschen korrigieren. Oft ist es ein bisschen schwierig bei einem doppelseitigen Klebeband. Ähm, ihr kennt ja, dass es klebt und man kriegt es eigentlich so gut wie nicht mehr weg. Aber ich glaube, das ist gerade noch gut gegangen. Das ist zu kurz. Ähm. Und noch ein Streifen und dann haben wir es auch hier schon. So, wie gesagt, das sparen wir aus. Dann können wir hier schon mal, oder ich zeige euch mal, wie das jetzt funktioniert. Also wir haben hier das Oberteil und dann noch hier das Unterteil. Und, ähm, diese Zacken werden jetzt einfach hier aufeinander geklebt. Und dann hat man auch schon die Box. Also ihr seht, das ist wirklich sehr unkompliziert und, ähm, geht wirklich sehr, sehr schnell. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Okay. Man kann leider jetzt nicht zurückspulen. Ich werde es auch nicht machen. Ich habe mir jetzt leider hier etwas verklebt. Aber gut. Das ist jetzt leider so. Das kann ich jetzt nicht ändern. Ähm, ich habe es jetzt gerade gesehen. Ich habe ja gerade gesagt, wir müssen hier die Zacken hier aufeinander kleben. Und, ähm, das ist ja dann meine Öffnung. Und von dem her hätte hier kein Klebestreifen hin sollen. Beziehungsweise auf der anderen Seite. Aber, okay, jetzt ist es so. Ich kann es jetzt nicht ändern. Jetzt lassen wir das auch so. Jetzt sind wir mal großzügig. Okay. So, jetzt beginnen wir schon mit dem Zusammenkleben. Und zwar fange ich schon mal an. Das geht jetzt einfach reihum. Und zwar werden die Zacken eben hier aufgeklebt. Schauen, dass man so bündig wie möglich ist. Ich mache es persönlich jetzt so, dass ich wirklich jedes Papier einzeln abziehe. Weil, ähm, ja, nicht, dass mir irgendwo was festklebt, wo ich es dann gar nicht haben möchte. Und so ist man ein bisschen auf der sicheren Seite. Dass es dann das Klebeband nicht irgendwo klebt, wo ich es nicht haben möchte. So, ich erinnere mich, ich hatte schon beim letzten Video leichte Probleme mit meinem Klebeband. Ihr merkt, wir sind nicht die besten Freunde. Aber, ja, Übung macht den Meister. Das geht ein bisschen besser. So, die Ecke ist ein bisschen widerspenstig, aber das funktioniert schon. Seht, langsamer sicher formt sich die Box. Jo. Jetzt. Zum Schluss ist das ein bisschen Friemelarbeit, aber wenn ihr dann ein paar Boxen gebastelt habt, dann funktioniert das auch ganz schnell. Genau, wir kleben jetzt hier noch die Lasche fest und die letzte, wie gesagt, nehmen wir, damit wir noch eine Öffnung haben. Und wir dann die Box auch noch befüllen können, ohne dass man es dann kaputt machen muss beim Aufmachen. So. Na, was ist denn da? Sonst klebt es doch auch immer so gut. Jetzt. Genau. Gut. An sich haben wir jetzt den Grundkörper schon. Das ist doch jetzt wirklich schnell gegangen, oder? Ähm, wir machen jetzt hier noch einen Verschluss hin. Und zwar habe ich da meine Zange. Und zwar gehe ich da mal rein. Ach, das ist immer mein Lieblingsspielzeug, diese Zange. Aber es geht schon. Ich nehme jetzt hier mal gerade einen Paperpiercer zur Hand. Dann kann ich hier das Löchlein hier wegstanzen und ausstanzen. So. Im Notfall etwas abschneiden. Also das Papier ist wirklich etwas dick. Ups, da ist es aufgegangen. Wir kleben es gerade noch mal fest. Von dem her ist es wirklich gut, dass man nicht normalen Klebstoff hernimmt, weil das wird wirklich nicht funktionieren. Und dann machen wir unten, hier bei der Lasche machen wir uns auch noch ein Loch. Damit man danach das Band richtig schön durchziehen kann. So, da braucht man ein bisschen Kraft. Aber jetzt haben wir auch hier das Loch. Und ich schneide das einfach ganz kurz hier ab. So. Jetzt können wir hier theoretisch schon mal eine Schleife rummachen. Ich ziehe das gerade mal hier durch. Weil wir wollen ja die Boxe auch noch verzieren. Aber nicht mit einer Blume, sondern mit einem Schmetterling. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also gut hin und wieder jetzt bei dem scheußlichen Wetter teilweise draußen, wenn es so schneit und einfach so nasskalt ist, kriegt man natürlich jetzt nicht unbedingt die Frühlingsgefühle. Aber ansonsten bin ich schon etwas auf Frühling eingestellt. Und ich muss ehrlich sagen, ich stehe momentan richtig auf Schmetterlinge. Ich finde die einfach toll. Ich finde Schmetterlinge generell toll. Und deswegen ist bei mir jetzt schon fast bei jeder Karte irgendwo ein Schmetterling versteckt. Weil ich finde, das sind so richtig schöne Frühlingsboten. So, ich habe mittlerweile jetzt das Band durchgezogen durch die Löcher. Jetzt kann man hier eine schöne Schleife machen. Schon mal ein bisschen festziehen. Dann muss man einfach ein bisschen schauen, dass die Schleife einigermaßen passt. Das ist nicht immer so einfach, bis man da ein bisschen rumgefriemelt hat. Irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden. Wenn das Band hier etwas verdreht ist. Es wehrt sich noch. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Schleifen sind immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Weißt du was? Ich schaue mir das hernach nochmal an. Ich mache jetzt erstmal den Rest. Ich lasse mir die Bändchen da noch hängen. Ich glaube, das müssen wir uns hernach nochmal anschauen. Aber ich möchte jetzt weiter machen. Und zwar kommt jetzt sozusagen das Topping drauf. Ich habe da schon ein bisschen was vorgeschnippelt und vorgestanzt. Und zwar habe ich ein Stück Juteband. Ich möchte es da so quer drauf machen. Das macht man am besten mit doppelseitigem Klebeband. Dann hält es wirklich am besten. Weil gerade auf Jute da normaler Kleber, den kann man wirklich vergessen. Und gut, vielleicht würden die Gludots noch gehen. Ich mache das ganz gern mit dem doppelseitigen Klebeband, denn dann klebt es wirklich richtig. Dann habe ich hier noch ein Stück von der Silberfolie. Die möchte ich hier unten drunter haben. Die soll hier so quer drauflegen. Dann eben das Juteband. Dann habe ich so einen bunten Schmetterling ausgestanzt mit den Butterfly Framelits. Der soll dann hier drauf. Dann kommt noch ein Stück Pergamentpapier. Da habe ich auch mit diesen Butterfly Framelits noch ein Schmetterling ausgestanzt. Und dann habe ich noch, das war mal, glaube ich, von der letzten Sailor Bration. Vom letzten Jahr habe ich noch einen Knopf gefunden. Und der soll dann oben noch drauf. Ich finde, das schaut dann ganz nett eigentlich aus. Dann würde ich sagen, wir können das jetzt einfach schon mal festkleben. Ich nehme jetzt einfach hier auch, weil ich noch ein bisschen was übrig habe, noch doppelseitiges Klebeband. Ich bringe das gerade mal hier in der Mitte an. Da sieht man wieder, man kann alles wirklich weiter verarbeiten, wenn man noch irgendwo ein paar Reste hat. Da muss man nicht wegschmeißen. Das wäre zu schade. Man kann das wirklich schön verarbeiten. So, jetzt muss man schauen, ob wir hier einigermaßen mittig sind. Ich glaube schon. Draufkleben. So, das Juteband. Da haben wir auch noch ein paar Restchen. Ich bringe das jetzt einfach mal hier so in der Mitte an. Und dann klebt das schön. Das ist auch, ja, bis da dann sich wirklich die Klebeseite vom Papier trennt, ist es ein bisschen friemelig. Aber zumindest bei dem einen ging es jetzt schneller als gedacht. Hier noch nicht so ganz. Da muss man noch ein bisschen ankleben. Das ist so ein bisschen, naja, mal wieder friemelig. Aber jetzt geht's. So. Das Fähnchen habe ich übrigens mit den Banner Framelits ausgestanzt. Beziehungsweise die Bitty Banners sind es nicht die Banner Framelits, sondern die Bitty Banners. Das sind wirklich meine Lieblings Framelits, weil ich finde, die sind so richtig schön zierlich. Und man kann die echt für alles gebrauchen. Also die sind bei mir wirklich schon fast auf jeder Karte irgendwie mit dabei. Aber ich liebe sie einfach. Und das Juteband habe ich ehrlich gesagt einfach so ein bisschen nach Augenmaß zurecht geschnitten. Also da gibt es kein Maß. Das muss man einfach selber ein bisschen zurecht schneiden. So. Dann kommt das Schmetterling oben drauf. Da werde ich jetzt ein paar Gludots verwenden. Das klebt am besten. Und man sieht natürlich dann auch nichts. Ich piekse da einfach mal ein paar auf mit meinem Paperpiercer. Das ist das Einfachste. Dann kann man die da schön anbringen. Ich mache mal drei Stück. Dann hält das. So. Dann wird der mal mittig aufgeklebt. Ein bisschen andrücken. Das ist schön bei dem Papier. Bei dem Cardstock. Bei dem Designerpapier. Das ist wirklich so dick, sodass man wirklich auch ein bisschen andrücken kann, ohne dass man gleich durchbricht. Ich glaube, wenn man jetzt Flüsterweiß verwenden würde, wäre es wirklich fast ein bisschen zu weich. Und dann kann man da gar nicht so richtig schön andrücken. Und für den Pergament Schmetterling, da setze ich einfach, ja, ich denke mal der Knopf ist so groß, man kann zwei Stück von diesen Gludots draufkleben. Ihr wisst ja, es gibt ja nur diesen Klebestift, den man verwenden kann, der dann nicht durchscheint beim Pergamentpapier ansonsten sieht man leider wirklich alles. Aber man kann sich ja behilflich sein, indem man dann einfach noch was draufklebt. So. Ich möchte das jetzt so ein bisschen nach oben kleben. So ist dann ein bisschen Bewegung im Schmetterling. Ich finde, das schaut ganz nett aus. Und jetzt kommt eben hier noch der Knopf mit rein. Ich bin gerade am überlegen. Ich habe hier noch ein Stück weißes Garn. Mal schauen, wie das aussieht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Das war jetzt gar mal hier so eine spontane Idee. Ob es zu viel wird mit der anderen Schleife. Ich weiß es noch nicht. Ich schaue es mir gerade mal an. Wir werden es ja sehen. Also ich fädel es jetzt einfach gar mal hier durch. So wie man einen normalen Knopf annähen würde. und binde mein Schleifchen. So. Och Gott, da braucht immer so ein Fingerspitzengefühl bei diesem Garn. Jetzt hat sich die Schleife durchgewurschtelt. Das ist das, was ich nicht wollte. Aber gut. So jetzt ein bisschen anziehen. Dann müssen wir es in der Mitte kleiner machen natürlich. Es dreht sich leider immer ein bisschen. Ja, ich glaube ich mache es mit Schleife. Ich werde die aber noch ein bisschen kleiner machen, sodass es wirklich ganz unabfällig ist. Es ist einfach so Kleinigkeit, noch so kleine Nettigkeit. Ich fühle es immer so süß bei Stampin' Up, wenn es einfach so niedlich ausschaut. Das gefällt mir einfach sehr gut. Und deswegen werde ich das jetzt wirklich sehr, sehr kurz halten. Sodass es einfach nur so ein bisschen was ist. So. Die Stückchen, die Reste mal auf die Seite. Und dann werde ich jetzt auch hier den Knopf mit diesen Gludots befestigen. Vielleicht klaut mal einen in die Mitte. Und vielleicht dann noch oben und unten, damit das er wirklich gut hält und sich nicht löst. So. Jetzt richtig rum aufkleben. Einfach schön die Mitte rein, ein bisschen andrücken. Vielleicht die Flügelchen ein bisschen nach oben biegen. So und jetzt wollte ich mich hier nochmal kurz um die Schleife kümmern. Das werde ich jetzt auch hier machen. Dass wir das noch ein bisschen schöner hinbekommen. Es wäre doch jetzt schade, die Box ist so schön geworden und ich habe so eine scheußliche Schleife. Aber ich bin ehrlich gesagt, also ich finde es unheimlich schwierig, Schleifen zu binden, sodass die einigermaßen schön ausschauen. Vielleicht sollte ich da selber mal irgendwie einen Workshop besuchen. Ich glaube, das würde mir ganz gut tun. Aber vielleicht bekomme ich es ja jetzt auch noch hin. Sieht besser aus als vorher. Was meint ihr? Das eine Teilchen ist ein bisschen widerspenstig. So, ich glaube, das wird nochmal besser. Ich schneide es jetzt einfach hier mal ab. Ja, ich glaube, die Schleife ist verbesserungsfähig. Ansonsten finde ich die Box ganz süß. Ich mag die Farben sehr gerne. Ja, jetzt habe ich sie natürlich wieder kaputt gemacht. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Und ich konnte euch mal wieder ein bisschen inspirieren, was Neues zu machen. Ich zeige euch das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen näher. Dann seht ihr das nochmal. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und dann sehen wir uns ja bald wieder. Tschüss, macht's gut! Schlijk5 SchluW Chaap Pi Ball